Also, wenn Engel reisen, lacht die Sonne, habe ich mir sagen lassen. Das stimmt also wirklich. Ja, also das ist Sonne. Ich bin ein Engel und da scheint die Sonne. Ja, da lacht sie. Ich habe mir gedacht, nachdem der Brückner ja mich nicht mehr brauchen tut, der scheint offensichtlich wirklich glücklich zu sein, mach halt mal eine Städtereise und da bin ich immer nach Braunschweig, weil ich mir gedacht habe, guck doch einfach mal, wo hat denn der Brückner die Blume da eigentlich das erste Mal getroffen? Das war hier am Bahnhof und klar. Da drüben. Also da ist er ausgestiegen und da haben sie sich dann getroffen. Das hat er gesagt. Ich meine, da hat er Bücher geschrieben und aufgezeichnet und das laufe ich jetzt mal an und schau, wo der so überall war. Bahnhof heute, ne? Ich gehe immer weiter. Spannend ist es hier nicht. Also, servus.